Also ich mache jetzt nicht Peer Mertesacker und beschimpfe sie, obwohl ich den sehr gut verstehen konnte. Ja, es ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir gegen Johnny seine Franzosen gewinnen. Wir flachsen da in der Kabine, es wird sehr eng. Die Franzosen haben sich, denke ich, so in den letzten Spielen ein bisschen besser präsentiert, aber wie wir wissen, sind die deutschen Turniermannschaften und können sich auch sicherlich noch mal steigern und ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen werden. Die deutsche Mannschaft ist besser, als sie nach dem Algerienspiel gemacht wurde, dass die erste Halbzeit nichts war, das wissen wir alle, aber da die französische Mannschaft eigentlich eine Mischung ist zwischen einem algerischen Team und einem Team aus Kamerun, würde ich sagen, und Kamerun auch nicht überzeugt hat, bei der WM sind die Franzosen auch nicht stärker als die Algerier und wir haben gute Chancen ins Halbfinale zu kommen. 2-1 für Deutschland. Das ist für ein sehr enges Spiel. Ich sage 0-0 nach 90 Minuten und nach Verlängerung gewinnen wir 2-1.